Hafenansicht in den 1970er Jahren Im Hintergrund läuft die Henrisch-Stahl der Woschbe-Linie ein. Die Woschbe-Linie nahm ab 1952 ihren Dienst auf, jedoch reicht die Geschichte bis ins Jahr 1924 zurück, als Henrisch-Stahl die Räderei Henrisch-Stahl & Co. GmbH gründete. Das Rohrschiff Henrisch-Stahl wurde 1973 bei Schulte und Bruns in Emden gebaut und nach dem Firmengründer benannt, welcher 1969 gestorben war. Die Leitung der Räderei hatte Peter Stahl, der Sohn von Henrisch, bereits 1966 übernommen. 1994 meldete das Unternehmen, das mittlerweile Henrisch-Stahl GmbH & Co. KG hieß, Konkurs an. Das Segelschiff im Vordergrund ist die Barber Negro aus Vancouver in Kanada. Das Schiff wurde 1896 in Norwegen als Walfangschiff mit zwei Masten gebaut und in den 1970ern zur Dreimast-Bakentine umgerüstet. Hamburg damals ist der Kanal, wenn es um die Geschichte der Stadt Hamburg geht. Abonniere uns am besten sofort, um keine Rails mehr zu verpassen.